Heute möchte ich euch eine Übung vorstellen, die in erster Linie gut für eure Beine ist. Dazu legt ihr den Ball vor euch hin und jetzt berührt ihr den Wechsel mit dem linken und rechten Fuß. Ihr könnt schauen, wie viele Ballkontakte ihr hinbekommt. Das wäre die Grundübung. Das könnt ihr auch hier ein bisschen variieren und sagen, nach einer gewissen Anzahl an Ballkontakt geht ihr kurz runter, berührt den Ball mit dem Knie, mit dem Ellenbogen oder mit der Stirn. Ich mache mal kurz zwei Varianten vor. Ich berühre den Ball wieder im Wechsel, geht kurz runter mit dem Knie, weiter geht's mit dem Ellenbogen. Jetzt geht ihr wieder runter, wieder das Knie oder jetzt die Stirn, da habt ihr völlig freie Wahl. Viel Spaß beim Ausprobieren!